Schuhgelo Wär's platt Junge Hallo und herzlich willkommen zurück Es ist Sonntag, es ist LOL Time mit mir King-Falke und als Special-Gast ist noch Blaupunkt im Tales Hallo! Aber da spielt er da nicht mit der Art-Kind-Loll Doch schon, bin ich ohne Achso, hast du das? Das kann man ja dann auch mal gucken Aber ich hab vielleicht der alte Ding, wie heißt das? Ein Patch, das kannst du noch Ja, veraltet doch Patch Und lange nicht gespielt Mhm Mhm Und jetzt kommt gerade Mh Mh Musik Chakusa Flitz und Sprachtod Legenden Fakt Ja Wunderschönen Wunderschönen Ich hab meine Pfalz Ich hätte meine Pfalz Aber... Boots! Die... Ah, Lux! Lux, der der Supporter machen wollte, der der erste Supporter geschrieben hat. Der der wird ja nicht Supporter sein, Leute. Hallo, da stehen sie alle. Auf jeden Fall, der das so beschrieben hat. Der ist auch Deutscher. Wann ich nicht? Wollt wieder Supporter sein. In keiner Hüften, ja. Da muss ich alleine kämpfen. Mit der Hilfe, da kann ich nur nicht helfen. Soll ich noch das roten wieder? Boah, mal eben... Gefahr! In zwei Sekunden. So, jetzt wieder. Auf in Gebrill. Auf in Gebrill. Auf in Gebrill. Und Olaf spielt auch mit. Olaf und Olaf und Olaf wir sind alles Olafs. Nein, richtig. Günter auch. Wir sind Günter ja auch. Soda no Flash. Okay. Ah, geil. Da hab ich wieder fertig. Und jetzt gibt's den Wettbuff. Zack. Hör mal auf die Schnauze. S2. Okay, die haben beide kein Flash mehr. Ich könnte ja auch mal... Dann mal angetrappt kommen. Oh, die Ässer. Die haut ab, oder was? Da sind sie. So, gell, so. Was? Blatt, Junge! Hahahaha! 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 Was hat das gemacht? Hahahaha! Tja, ich bin dran... Du kannst kein was KS. Na, na, das war kein KS. Ich hab euch... ... Geholfen! Oh, ich bin nicht gerade hier aus dem Jungle wieder gegangen. Bin gleich da! Warte! Zack! Oh, da ist man ja noch. Hä? Was? Sona ist in der Mitte? Ist ja ein bisschen komisch. Überlangsamend. Aber der... Das ist jetzt auch nicht schlecht, wenn das raus ist. Wollen die jetzt schon wieder Hilfe? Äh... Gefahr, ach so. Ah, warte mal. Und lala... Oder kommt der andere schon wieder? Ob das was wird? Da lädt sich gerade auf. Hm... Gefahr, okay. Dann gehe ich mal wieder. Lala... Oh, die sind in der Mitte. Oh, der kommt jetzt auf die beiden hier. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Lala... Ah, ne, der ist immer noch da. Ich dachte, der läuft jetzt in diesen... Wie lang? Jetzt ist er schon wieder weg. Weil der kann ich hier auch nicht bei mir haben. Ich komme! Mein Freund! Jetzt haut er wieder ab. Nee. Schaff ich das? Der brennt! Aber der schafft das scheiße. Doch! Wieder weggenutzt, Alter. Gut so. So... Das läuft, Junge. Das läuft. Das spielt das gegeben. Und wir haben jetzt... Olaf jetzt... Olaf, kann man noch Olaf ficken? Kommt ja nicht. Kommt ja auch noch. Olaf, Olaf kommt. Nee, nicht. Olaf, Olaf kommt. Doch, Olaf kommt. Das ist der Busch. Oh, war nicht getroffen. Oh, Scheiße. Da hat er sich neue Flasch... Aber der Dauer war hänzchen stark. Hänzchen stark, Junge. 1.300 Euro. Na gut. Wo is the sublux me or you? Wer als Supporter? Du oder ich? Ich... You are the... Raditzchen! Das streitende ich schon wieder. Ja, ich hab auch Kals gemacht. Guck mal, die Deutschen entschuldigt, Junge. Ich seh. So... Olaf... Oh, Olaf wird jetzt weggenutzt. Ne, doch. Nicht andersrum. Ha! Okay. Missing... Und das doch da. Lol. Welkotz. Der mal abtaucht. So... Oh, Geilo. Wieder gleich wieder da. Kann ich gleich den auch noch wegschnappen, Junge. Sack, zack. Und so. Oh, Geilo. Jetzt hat er das erste mal sein K. Ich sehe mal. Oh... Oh... Ähm... 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 Rechte schon? Oh, Geilo. Es reicht eigentlich schon. Für meine ersten... Hm... Nene. Nicht immer wieder mein Jungle. Ich könnte mich nicht damit schon hochholen. Weil die muss ich so machen. Was... krank... Mit... Fresh. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und so... Ähm... Olaf... Olaf ist noch voll. Ne, das fehlt nicht. Olaf ist voll, Junge. Oh. GG. Okay. Also weiter geht. Das wäre fähig. So... Schuhe mir holt. Hm... iPads EZs. Oder EZs, ne. iPads EZs. So. Mein Wegbuff. Mein Wegbuff. Zack. Und jetzt habe ich meine Ulti. Eigentlich müsste ich jetzt die zwei da attackieren. Die haben ja bis jetzt noch nichts gerissen. Nein. No. Oh... Äh... Die hat auch schon die Royalty. Ich komme von hinten, Junge. Oh, da komme ich schon. Leute, ich habe trotzdem manchmal alles gerichtet. Und weg. Wo ist der andere da? Der hat dich wieder voll gemacht. Double kill, Junge. Noch mal. Doppel kill, Junge. Doppel kill, Junge. Doppel kill, Junge. Hhhhhhh. Na Olaf ist noch im Dorne Maul, aber im vierten Sekunde ich meine Ult wieder. Eigentlich müsste ich mir das da mehr haben. Olaf! Olaf! Olaf ist tot. Da bin ich gerade nicht, sorry. Ich mach jetzt Olaf weg. Der Tower steht noch, dass es ein bisschen nicht spürt ist. Olaf! 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 Das hier ist Olaf! Ich komme! Oh! Das ist Olaf! Da ist er weggesprungen, das habe ich hier gesehen. Killing Stream! Oh oh, Sterbe O! Ich hab aber Olaf weggenatzt, Junge! Olaf ist tot. Aber ich habe Tauber zu viel gefressen. Hab ich noch was? Ne, ich kann mir nichts kaufen. Okay. Okay. Aber vier Kills. Zweimal aus der Sturm und ein Assi. Und schon zwei Toten, äh 206. Ich könnte mal den Trick machen. Ich mach mal den Trick. Für uns. Für uns. Fürs Team, Junge. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Oh, da sind sie alle. Tschakko, oh. Jetzt brauchst du Hilfe. Jetzt kriegst du nicht alleine hin. Mach ich kriegst du nicht selbst gebacken. Jetzt stoppst du, Junge. Jetzt stoppst du, Junge. You have systemed. Haha, ich hab ihn weggenatzt. Jetzt kannst du nicht, ja. Double kill. Triple kill, Junge! What? Ich reibe auf. Hahaha. Hahaha. Ich arbeite wie sonst Olaf da oben. Ich hab da alle weggenatzt, Junge. So was ich spiel, meine Freunde. Jetzt muss ich erst die Angst haben, wo ich letztens Olaf gespielt habe, hab ich auch schon alle weggenatzt. Wo du Olaf gespielt hast? Ja, ich hab letztens auch mal Olaf den Champion gespielt. Oh. Ja. Oh, Olaf das Spiel bin ich nicht. Hahaha. Nein, ich meinte. Okay. Ich brauch Mana. Der ist noch, ich schaffe ich den? Ich hab keinen Mana. Wie viel hat der denn? Das könnte ich eigentlich schaffen. Das könnte ich eigentlich schaffen. Hallo? Ah, okay. Ich hab keinen Mana. Das ist scheiße. Ich hab keine Fläche gehabt. Also geh ich. Egal. Schnell was ankurfen. Der braucht Hilfe. Aber eigentlich müsste ich da mithelfen. Ich muss mal den Patch installieren für Dingens. Hallo? Hey lol. Oh. Jetzt kommen sie alle. Ich sterbe jetzt. Was? Ne, ich hab keinen Mana. Da kann ich. Bleach aufliegen. Tudau. Bleach aufliegen. Tudau. Bleach aufliegen. Alles selbst weg. Wir können ja mal in der Mitte durch das Leben machen. Bisschen brechen. Bisschen brechen. Bisschen brechen. Ne, nur die Mana. Tau wegmachen. Oh, da kommt Chaco. Hallo? Oh, da nehme ich Olaf. Olaf vorhaft. Aber ich weiß selber noch nicht. Also ich hab's schon lang nicht mehr gespielt. Wann war das ja schon seit... Zeit November hab ich das gespielt. Okay. Oh, Wecker zu kommt bestimmt zu spät. Ist das schon wieder hier drin? Ich hab keine Ahnung, was das nochmal für ein Spiel war. Ich hab's ja immer gekriegt. Okay, lol. Jetzt hab ich mein Item. Mit Infinity Edge. Jetzt spielen! Amine Langage. Damage. Dann hole ich mir das danach. Aber erstmal mein... Mein Wett. Wettbuff. genetik inkubation kommt gerade dran das jetzt sagt das problem jetzt ist es nicht mehr so schlimm wie zum anfang wo wir den der kürziger ich muss mich dann noch mal registrieren oder der da ist ja immer jetzt weg in welcher aus welcher regierung der schafft westeuropa westeuropa benutzer name ist natürlich blaupunkt ja dann kannst du deinen richter den namen benutzen ok der braucht hilfe ich bin mit am start halalalo glaube ich aber nicht so stark sein ok dann mache ich ihn mit dem namen megazwipach achso blaupunkt gibt es doch schon hä wieso ist ein olaf so stark schon hat er ein bisschen rüstung oder was lol wieso ist ein olaf so stark das hätte ich nicht gedacht lol jolo das ist eigentlich ich nehme doch dieses item erstmal aber jetzt kann man habe ich das mit lebensregeneration und wollen wir nicht das mit schauen doppel kill ich habe den quadra kill ich habe vorhin alle 4 und 5 weg genetzt da war ich vorhin schon ein bisschen op da ist es hier da ist das olaf olaf jetzt muss ich aber olaf nutzen muss ich mir jetzt das spiel nochmal downloaden muss ich mir das spiel nochmal downloaden muss ich mir das spiel nochmal downloaden dein konto wurde erstellt ladet das spiel auf ich hoffe nicht so double kill wieder jetzt habe ich olaf olaf habe ich jetzt so jetzt bin ich im spiel oh da ist sie ja noch jo jetzt ladet der gerade das spiel runter doch ist auch trotzdem weh treffen geiler da muss aber jetzt level 3 werden dass man oder ne wir können ja so lange ja vor was anderes spielen so bis der level drückt aber level 3 wird man schnell oder ja der ist immer noch da ja ich habe keine ahnung wie nochmal das spiel ist ich hier hab das schon so lange nicht mehr das ist so wenig wie world of warcraft ne das ist ein bisschen anders das ist anders ja dachte ich mir schon so richtig schon so richtig jetzt das auch richtig so rum durchs ja aber auf eine lane du bist da bloß auf ne map du bist auf ne karte nicht frühwelt wurde überall so hin rennen kannst dann so eine richtige nur so normale begrenzte welt ja sieh und jetzt schon da und ich steh mal jetzt weg sieh und da hatte ich schon seine ultime müssen jetzt immer weg machen ja ich guck dich trotzdem oh olaf jetzt bin ich tot hm olaf kam noch der fug warum ist olaf so stark keine ahnung und so wichtig als deswegen den Namen olaf olaf das hier ist olaf ja weil das so viele Leute sind olaf 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 das ist olaf machst du zwei ja das ist richtig und so sagt er so ach das ist richtig Günther ja so da 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 configuring language to fliegen zu ich hab mal derzeit viel Herr der Ringe online gespielt kennst du das mhm Herr der Ringe online das ist auch cool hab ich noch nicht so gespielt Yay Sie sind da schon vor Aber sie sind ja schon vor das ist nur da der dramatische Feuerwärfel ja Zwick fertig nimm man mal den ja noch Zum Glück die E-Mail und die Passwortliste auf meinem PC gespeichert. Ja. Enemy Team. Die haben auf ihm! Die haben auf ihm! Wir haben ihn gewonnen! GG! Geilo! Okay, das war mir dann schon eine Aufnahme. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wiedersehen! Tschüss! Tschüss!